Ausgangssituation. Sie haben beim Einfügen des Videos die Startart automatisch gewählt und wollen das jetzt ändern. So geht's. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Effekt und wählen Sie bei Klicken beginnen. Der Video-Effekt ist jetzt Teil der Klick-Reihenfolge geworden. Behalten Sie die Geschichte mit dem Trigger im Auge. Obwohl das Video Teil der Klick-Reihenfolge ist, können Sie es im Präsentationsmodus trotzdem jederzeit durch einen Klick auf das Startbild abspielen.